In diesem Video werde ich dir die automatischen Reparaturfunktionen von Windows zeigen. Welche Windows-Version du verwendest, ist erstmal egal, denn die Reparaturfunktion ist in fast allen Windows-Versionen identisch. Viel wichtiger ist, welches Szenario jetzt bei dir zutrifft. Kann dein Computer noch auf den Desktop starten oder bleibt er schon irgendwo beim Hochfahren stehen? Für beide Situationen werde ich dir zeigen, wie du die automatische Reparatur startest und falls die Reparatur nicht funktioniert, ja, kann ja auch passieren, dann werde ich dir zum Schluss des Videos noch einen Tipp geben, was du dann stattdessen tun kannst. Für den Fall, dass Windows bei dir noch startet, dann klicke unten auf das Suchfeld und suche nach CMD. Mache dann einen Rechtsklick auf die Eingabeaufforderung und wähle als Administrator ausführen. Diese Meldung bestätigst du mit Ja. Nun gibst du den folgenden Befehl ein. diesen Befehl kannst du auch in der Beschreibung finden. Bestätige deine Eingabe dann mit Enter. Jetzt wird eine vollständige Systemprüfung und Reparatur gestartet. Nachdem etwas Zeit vergangen ist und wenn alles funktioniert hat, dann steht hier 100%. Außerdem sollte hier die Meldung stehen, dass die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde. Zusätzlich dazu gibt es auch eine Schnellprüfung. Dazu nutzt du den Befehl sfc.scannow. Das bestätigst du mit Enter. Jetzt wird eine schnelle Prüfung durchgeführt. Wenn dein Computer damit fertig ist, dann bekommst du hier eine Meldung, ob was gefunden wurde und was er damit gemacht hat. Wenn Windows bei dir nicht startet, dann kannst du die Reparaturfunktion von einem Windows-Installationsmedium nutzen. Dazu brauchst du einen USB-Stick. Lade dir dann Rufus von dieser Webseite. Danach brauchst du ein aktuelles Windows-ISO-File. Du kannst alternativ auch das Media Creation Tool von Windows nutzen, um ein Windows-Installationsmedium zu erstellen. Für dieses Beispiel nutze ich Rufus und das ISO-File dazu. Die Links zu den beiden Seiten findest du in der Videobeschreibung. Hier wählst du die Edition. Klicke dann auf Herunterladen. Wähle dann eine Sprache und klicke auf Bestätigen. Klicke jetzt auf 64-Bit Download. Um das alles zu machen, brauchst du natürlich einen funktionierenden Computer. Wenn du keinen hast, dann frag doch jemanden, der dir dabei helfen kann. Als nächstes werden wir den USB-Stick vorbereiten. Der ist bei mir auch schon mit dem Computer verbunden. Rufus und das ISO-File liegt auch schon auf dem Desktop. Starte als nächstes Rufus. Das mit Ja bestätigen. Version brauchen wir nicht prüfen, also nein. Hier oben hat er auch schon den USB-Stick erkannt. Klicke als nächstes auf Auswahl. Nun öffne ich bei mir den Desktop. Dann klicke ich auf das ISO-File und dann auf Öffnen. Die restlichen Einstellungen können so bleiben. Klicke dann auf Start. Das kann auch so bleiben. Einfach mit OK bestätigen. Hier noch ganz wichtig, die Daten auf dem USB-Stick werden dabei vollständig überschrieben. Stell am besten sicher, dass der Stick leer ist. Klicke dann auf OK. Nachdem der Vorgang fertig ist, kannst du das Programm schließen. Stecke dann den Stick an den PC mit dem kaputten Windows und boote davon. Möglicherweise musst du dafür die USB-Boot-Option im BIOS wählen. Ein Video, wie du das BIOS öffnest, ist in der Beschreibung. Wenn dein Computer von dem USB-Stick bootet, dann öffnet sich dieses Windows-Setup. Klicke unten rechts auf Weiter. Wähle hier die Computer-Reparatur-Optionen. Klicke auf Problembehandlung. Als erstes solltest du die Starthilfe probieren. Klicke hier auf Windows 10 bzw. 11. Jetzt wird eine automatische Diagnose durchgeführt. In manchen Fällen kann das auch schon helfen. Wenn dein PC mit der Starthilfe nicht repariert werden konnte, klicke auf Erweiterte Optionen. Wähle die Problembehandlung. Starte dann die Eingabeaufforderung. Gebe dann folgendes ein. SFC slash scan now und bestätige mit Enter. Jetzt startet die Systemprüfung. Wenn er fertig ist, bekommst du hier den Hinweis, was er gemacht hat. Wie man hier lesen kann, hat er beschädigte Dateien gefunden und repariert. Die Reparatur wird nach dem nächsten Neustart wirksam. Es gibt natürlich noch einen zweiten Reparaturbefehl. Dazu brauchen wir die Laufwerksbezeichnung von der Systempartition mit dem kaputten Windows und von dem USB-Stick. Dazu gibst du ein Diskpart. Das immer mit Enter bestätigen und jetzt gibst du ein List Volume. So, jetzt werden alle Laufwerke aufgelistet. Ich weiß, bei mir ist Laufwerk C die Partition, wo Windows drauf ist. Der USB-Stick ist bei mir die Partition D mit dieser kryptischen Bezeichnung hier. Und das weiß man in der Regel auch anhand der Größe der Laufwerke. Nun wissen wir die Bezeichnung und deswegen geben wir hier ein Exit, um Diskpart wieder zu verlassen. Jetzt müssen wir auf Laufwerk C ein temporäres Verzeichnis erstellen, beziehungsweise auf deiner Systempartition. Dazu gebe ich hier ein C, Doppelpunkt und Enter. Nun gebe ich dem Befehl ein MKDIR. Damit können wir ein neues Verzeichnis erstellen. Und das Verzeichnis nennen wir jetzt Scratch. Dann einmal mit Enter bestätigen. Jetzt haben wir das Verzeichnis angelegt. Und nun können wir den Reparaturbefehl starten. Das ist dism. Slash. Image. Doppelpunkt. Dann Laufwerk C. Dann ein Backslash. Dann Scratch. Scratch dir. Das ist der Befehl. Dann Doppelpunkt. Das ist auf Laufwerk C. Das ist jetzt sozusagen unser Temp-Ordner. Dann ein Backslash. Dann nochmal Scratch. Das ist der Ordner. Jetzt Slash Cleanup-Image. Dann Slash Restore Health. Nun müssen wir auf die Quelle auf dem USB-Stick verweisen. Das ist Source. Sie aufpassen, dass ich hier alles richtig schreibe. Dann ist es eine Vim-Datei. Und bei uns liegt die Vim-Datei auf Laufwerk D. Slash im Ordner Sources ist es. Dann nochmal ein Slash. Dann kommt Install. Vim. Das ist jetzt die Datei. Doppelpunkt 1. So, wenn ich jetzt alles richtig geschrieben habe, dann funktioniert das hoffentlich. Die Funktion Scratch, die ist unbekannt. Ah, da habe ich mich verschrieben. Verdammt. So. Und Enter. Ja, passiert. Bei so einem langen Befehl kann man sich schon mal verschreiben. Und jetzt wird er aber die Reparatur durchführen. Das einfach mal abwarten. Im Idealfall sind danach die kaputten Dateien repariert. Und wenn die die Ursache waren dafür, dass Windows nicht mehr startet, dann wird das anschließend wieder funktionieren. So, jetzt hat er 100% erreicht. Hier steht auch, der Wiederherstellungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. So, das können wir schließen. Und als nächstes kannst du probieren, direkt auf Fortfahren zu klicken oder auf PC ausschalten. Ich klicke jetzt mal auf Fortfahren. So, jetzt müsste Windows ganz normal neu starten. So, und da sind wir angemeldet. Was kannst du nun machen, wenn die Reparatur bei dir nicht funktioniert? Dann empfehle ich dir in jedem Fall, eine Datensicherung zu erstellen. Falls dein Computer startet oder starten kann, dann ist das natürlich relativ einfach. Dann steckt man eine externe Festplatte an den Computer und kopiert dort alles drauf, was man braucht und was einem wichtig ist. Danach macht man den Computer neu. Einfach Windows neu installieren und fertig ist die Sache. Wenn dein Computer jetzt nicht mehr startet, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, um auf deine Daten Zugriff zu erhalten und die auf eine externe Festplatte zu kopieren. Wie du das machen kannst, dazu findest du auch ein Video unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich den PC natürlich auch neu installieren. Dafür findest du auch ein Video unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du deinen PC neu einrichten und danach ziehst du alle Daten von deiner externen Festplatte wieder auf den Computer und dann kannst du ganz normal weitermachen. Wenn dir das Video hier geholfen hat, zeig mir das gerne mit deinem Like und wenn du über weitere Videos von mir informiert werden möchtest, dann lohnt sich hier die Abo-Funktion. Da einfach mal abonnieren und dann bekommst du bei jedem neuen Video eine Nachricht. Ansonsten blende ich dir hier auch nochmal zwei Playlists ein. Da findest du bestimmt viele Sachen, die du noch nicht kennst. Deswegen ist das ein Blick wert. Ich sag dann erstmal ciao. Mehr von mir kannst du hier finden und dann bis zum nächsten Mal.